Halleluja Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Teardown. Heute spielen wir allerdings mal nicht die Kampagne, sondern ich habe mich mal in diesen ganzen Bereich Motzke reingearbeitet und habe mir einen Haufen Zeug runtergeladen. Die Build-In, also die vom Entwickler zur Verfügung gestellten, sind ganz nett, aber ich habe mir vor allem halt einen Arsch voll Waffen runtergeladen und die eine oder andere Map. Und da wollen wir heute mal reingucken. Ähm, und wir fangen jetzt mal mit dem Human Playground an, der ganz witzig ist, den habe ich mir aber noch nicht angeguckt. Und das könnte sein, dass es ein bisschen eklig wird, wenn ich mir das angucke. Aber schauen wir mal rein. So. Ähm, okay, das war gerade noch ein Bild-Ladefehler. Kann sein, dass das beim Laden manchmal ein bisschen länger dauert, aber geht. So, wie gesagt, ich habe einen Haufen Waffen runtergeladen. Äh, ne. Hier ist es ja noch die normalen Waffen. Und ihr seht, was uns da draußen erwartet. Ähm, die haben alle wirklich verschiedene Funktionen, finde ich ziemlich cool. Ah, guck mal, voll schön alles. Und wir werden da heute ein bisschen mit rumtesten. So, press, äh, unten sind noch Anweisungen. Press Button K to activate custom weapons on the map. Okay. Hätten wir die ja... Okay, es gibt tatsächlich noch ein paar selbsteingebaute Waffen. Oh Gott, die sind Rackdoll. Ja. Das ist Rackdoll. Sobi. Bin gespannt. Ich weiß gar nicht, ob es hier Blut oder sowas gibt. Ah, sie haben auf jeden Fall Kleidung schon mal an. Also, wie gesagt, ich habe mir so ein paar Standard-Waffen runtergeladen. Auch hier so irgendwie so eine AK oder so. Aber die sind alle eher unspektakulär. Aber sie haben halt alle wirklich, äh, sie sind alle funktionierend. Und man kann irgendwie, aber das habe ich noch nicht so ganz herausgefunden, kann man auch, ähm, so Attachments quasi an die Waffen dran packen. Aber da habe ich irgendwie noch nicht verstanden, äh, wo die richtige Taste ist. So. Ähm, irgendwo gibt es da eine Taste für. Genau, Zombies könnte ich mir auch noch spawnen. Machen wir vielleicht später noch. Aber ja, sind halt so ein paar interessante Waffen, die man mittlerweile irgendwie kennt aus Filmen und Fernsehen. Die sind aber eher alle langweilig. Hier so ein Garant hat sogar sein, sein, sein typisches Pling dabei. Lol. Oh Gott. Oh Scheiße. Und. Pling. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, als ich das gefunden habe. Das ist so ein M82. Da gibt es dann auch, äh, verschiedene Munitionstypen und sowas. Boah, aber das Ziel ist halt räudig. Äh, ne. Moment. Ich darf da nicht immer auf die falsche Taste kommen. So. Was? Nein, ich kann das Ding nicht entsichern, oder was? Weil da auf einer Taste was liegt. To load the weapon. Ja, kann ich aber nicht. Da liegt irgendwas drauf. Ja gut, dann, dann zeige ich die nachher in einer anderen Map. Ich glaube, das liegt nämlich an der Map. Ja gut, die Pipebomb, das ist eine normale, ne. Das ist ziemlich langweilig. Aber die Guided Missile, da fängt es schon an. Sehr praktisch, würde ich sagen. Guck mal schön, die Matroschka. Macht ordentliche Löcher. Aber interessant wird es eigentlich mit solchen Sachen. Uh, wie kriege ich die Guillotine darunter? Auch eine coole Waffe. Schneidet alles ab. Oh, shit. Ist halt ganz witzig, mit der kannst du halt wirklich alles durchschneiden. Und das geht nicht unendlich weit, aber relativ weit. Und man kann es halt auch noch einstellen, wie weit es geht. Aber da gibt es doch eigentlich noch ein paar coolere Varianten von. Asteroid könnten wir noch machen. Der macht halt ziemlich viel Bumm. Und da können wir auch kurz in den Fotomode reingehen. Der wird halt, äh, ja. Der rastet immer sofort komplett aus. Deswegen den, äh, lassen wir mal explodieren. Jetzt haben wir noch mal ein Angebot. Die ganzen Railguns und sowas. Die sind immer ganz witzig. Machen alle immer schöne große Löcher. Juh. Und man kann einfach durchgucken. Jetzt haben wir noch mal ein Angebot. Lichtschwert. Das funktioniert, wie es funktionieren soll. Kann sich überall mit durchbrennen. Nur nicht durch den Boden gewiesen. Das ist eigentlich bei dem Haus. Kann ich mich durchs Haus brennen? Kann ich hier noch eine zweite Tür reinschneiden? Jo. Geht. Finde ich gut. Und es fängt natürlich alles immer an zu brennen. So, und jetzt kommen langsam die größeren Waffen. Haha, tschüss. Aber, das ist alles immer noch so kleines Zeug. Irgendwie so ein Tesla-Keule oder sowas. Die machen dann irgendwann richtig Schaden. Hä, wieso kann ich das nicht? Also ich drück gerade rechte Maustaste und versuch's abzufeuern, aber... Kann ich da noch irgendwas anderen Schussmodus reinmachen? Nee, geht nicht. Aber der Asteroid Strike ist... Der ist... Das ist eigentlich meine Lieblingswerfer. Einfach irgendwo hinklicken. Und es kommt ein Asteroid runter. Das kann man halt auch mehrfach machen. Von der Seite ist das gleiche richtig böse. Und der anfängt zu ruckeln. Hahaha. Ja, so ein bisschen. Yay. Das meinte ich mit... Das Spiel ist sehr ressourcenintensiv. Oh Gott. Ich dreh mich mal um. Wenn ich's nicht sehe, ist es nicht so schlimm, glaub ich. Hahaha. Das ist definitiv, glaub ich... Oder vielleicht meine zweite Lieblingswaffe. Es gibt noch eine coolere. Da war's mal. Jetzt mach ich mal kurz ein Restart. Weil bis sich das jetzt beruhigt hat... Dauert das ne Weile. Warum mach ich eigentlich die Türen auf, ey? Mit der Saiga könnte ich doch einfach alles aufschießen. Ah krass. Die macht gar nicht so viel Damage, wie ich erwartet hab. Also gar nicht. Ne, da komm ich ja gar nicht durch. Was ist da los? So, was hab ich hier in... In... Plasma-Incrastinator. Stimmt, das war die... Das Ding. Damit du auch einfach alles wegschneiden kannst. Press P to change Plasma-Intensity. Press O to increase combined Power-Output. Okay. Ich glaube, ich muss näher ran. Oh Gott. Das ist vielleicht ein bisschen too much. Das ist krass tatsächlich, dass das hier auf der Map so heftig ruckelt. Okay, es kommt ein bisschen drauf an, was ich angucke wohl. Ja, der ist witzig, aber geht besser. Der Distriptor, der ist ganz witzig. Ja, die sind tatsächlich gefüllt. Das ist auch eine coole Waffe. Mag ich gerne. Kann ich eigentlich auf den reiten, auf dem Dinosaurier? Geht das? Oh, die Megagun. Die Megagun ist böse. Kann ich auf die reiten? Bist du ein Fahrzeug? Ja, du bist kein Fahrzeug. Wenn du kein Fahrzeug bist, kann ich dich auch killen. Und es ist einfach weg. Das Problem ist, man kann hier noch den Ammo-Type ändern. Von der Waffe ist aber auch wieder auf C. Und irgendein anderer Mod ist auch auf C. Das hier ist die normale Minigun. Und die ist standardmäßig quasi im Spiel integriert. Die macht aber auch schon gut was weg. Aber sowas wie ein Black Hole, das macht auch Spaß. Gucken, wie gut es funktioniert. Sollte jetzt eigentlich immer größer und größer werden. Und immer mehr Masse ansaugen. Was halt ein schwarzes Loch so macht, ne? Komm, wir helfen dem Ding noch mal ein bisschen. Wie der Airstrike. Da kann ich übrigens auch reingehen. So. Kann ein bisschen mithelfen. Hat halt verschiedene Waffengrößen. Sehr gut. Weil das macht auch nicht Löcher. Aber dann gibt es auch noch so komische Clusterbomben. Die sind fies. Ich kann halt schnell wieder runter gehen und mir die ganze Scheiße angucken. Und das schwarze Loch. Was ist da los? Schon fertig, schwarzes Loch? Ich bin enttäuscht. Warte mal. Wir machen dir noch ein bisschen mehr Dreck, liebes schwarze Loch. Und dann machen wir dich noch mal. Eine Atombombe zum Beispiel. Leichter Leck. Auf der Standardmap sah das irgendwie witziger aus. Ich weiß nicht, wie viele Asteroids, Trikes, Meteor, Trikes ich quasi mehr runtergeladen habe. Aber ich fand die alle ziemlich witzig. Alter, der macht schon mal ein bisschen mehr Bummel als der andere. Das Ding ist auch fies. Das dauert nur ewig aus irgendeinem Grund, bis es abgefeuert wird. Aber dann zerlegt es alles. Das ging gleich mal auf einer anderen Map noch. Weil hier sind jetzt zu viele Partikel einfach drauf. Aber ich habe da meinen Spaß dran. Ich habe da letztens bestimmt zwei Stunden mit verbracht. Und könnte es auch noch länger machen. Aber den Scaler. Hier brauche ich den Scaler. Player Scaler. EPP Player Scaler. Da ist schon an. Weil wir sind sonst zu groß für die Stadt. Und die Map ist wirklich schön gebaut, muss ich sagen. Also jetzt können wir uns quasi überlegen, wo gehen wir hin. Wir gucken uns beide an. Okay. Und die geht sogar von der Ladezeit her. Obwohl die so viel detaillierter ist. Als das andere. So. Okay. Das ist nicht so richtig. Player Scaler Setting. Ich brauche einen Speed Multipler. Äh? Ach, das ist der Player Scaler. Das ist C. Warte mal. Ach so. Naja. Machen wir mal hier. Warum kann ich das nicht umändern? P. Max 100. Ja, ich würde gerne. Ah, 50. Es geht nicht mit dem Numblock. Sagt mir das doch jemand. Interessanterweise bin ich jetzt irgendwie im Boden stuck. Scheinbar geht dann der Jetpack nicht mehr. Naja, wurscht. Brauchen wir jetzt auch nicht. Doch, brauchen wir. Naja gut, dann bleibe ich halt erstmal groß. Aber es ist richtig krass, ey. Es ist eine schöne Stadt. Und vor allem, wenn man halt mit dem Player Scaler irgendwie doch unterwegs ist, dann sieht es halt wirklich aus wie eine Stadt. So, aber jetzt können wir mal ein bisschen loslegen. Genau, das hier ist ein anderes Black. Warte mal, ich hatte noch ein zweites. Der ist auch geil. Boah, ist Hammer. Der ist cool. Weil, wenn du hier mit der Stadt quasi fertig bist, sieht es aus als, bist du hier irgendwie in so einer Endzeit-Geschichte drin. Ah, guck mal. Okay, das ist noch Mid-World Trade Center. Aber auch der neue. Der New World Trade Center, oder wie das heißt. Auch mit dabei. Komm, dann suchen wir mal. Kriegen wir so ein Gebäude eingestürzt? Stimmt. Dieses Dünne hier. Einfach mal mit ein bisschen C4 unten dran. Das sollte doch lang. Huch. So. Oh Gott. Ähm. Warum steht das immer noch? Da ist doch gar nichts mehr. Oh doch. Ah, kacke. Das vergesse ich immer. Sobald irgendwie ein Stückchen noch connected ist, bleibt das stehen, das Zeug. Das vergesse ich gerne. Das fällt so schön zusammen, muss man sagen. Das Jetpack könnte ein bisschen mehr Power haben, ey. Hörst du nicht um? Oh, stimmt. Das war ja auch ein schwarzes Loch. Stimmt. Ich habe ja mehrere davon. Hupsi. Ja, mal gucken, wie sich das da jetzt reinfrisst. Währenddessen kann ich das ja mit der Termite-Kanone ein bisschen bearbeiten. Die ist auch richtig heftig. Also wenn du was abwackeln willst, ist das genau die richtige Waffe. Termite hat der eine oder andere bestimmt schon mal in einem Chemieunterricht in der Schule irgendwann mal gemacht. Weil der Firestorm ist auch witzig. Und das schwarze Loch frisst sich ganz gut rein, ne? Weil da brauche ich ein Bild von. Die Stadt wird von einem schwarzen Loch aufgefressen, während alles verbrennt, habe ich gehört. Ach, ich stehe da drauf. Ich glaube, die wird einfach immer größer. Oh, der ist auch cool. Der Lightning Ball. Wenn du ihn einfach da durchballerst. Ach ne, stimmt. Ich muss gedrückt halten. Wenn er gleich auf Materie trifft, sieht so cool aus. Ich finde es somit die schönste Waffe. Ah, okay. Hier sieht man die Blitze gar nicht so wirklich. Aber der frisst sich da so richtig schön durch. Gott, das wird immer schlimmer da hinten. Das hier ist die normale Minigun, kann das sein. Aber das hier ist die schlimmste Waffe, glaube ich. Die sollte man in New York nicht benutzen. Aber ich mache es jetzt einfach trotzdem mal in ein Gebäude, das anders aussieht, als das... Ne, ihr wisst schon. Das ist halt so abgefahren. Eine Flugzeugkanone. Muss man halt auch erstmal auf die Idee kommen. Das sieht halt auch... Das Spiel kommt irgendwie nicht mit klar, gefühlt. Aber es sieht schon ein bisschen weird aus. Weil man kriegt den... Man kriegt den... Diesen Blur kriegt man auch nicht wirklich weg. Jetzt schon gerne ohne dieses verwischte mal sehen, aber... Das kriegt man leider nicht hin. Was haben wir noch im Angebot? Oh, der Lasergun, die ist auch heftig. Ach nee, das ist die Build-In. Die ist langweilig. Die ist langweilig. Aber der Omnicutter, das ist auch so ein Ding. Da kann man jetzt so schöne... So schöne Bilderchen malen. Und dann fließt... Blickt halt einfach durch. Alles durch. Kriege ich mal die Initialen reingemalt. Äh... Äh... Tschüss Initialen. Wobei, die habe ich mir irgendwann mal nur auf ausgedacht. Damit werdet ihr leider nicht viel anfangen können. Das ist nicht meine richtigen Initialen. So, nehmen wir mal den Laserblaster. Der ist... Der ist auch fies. Der macht auch richtig böse Löcher. Und es fängt halt alles an zu brennen. Ich glaube, das ist meine Lieblingswaffe. Oder eine meiner Lieblingswaffen, weil... Die macht wirklich so ein schön kreisrundes Loch da rein. Aber auf so eine begrenzte... Begrenzte Art, ne? So, gehen wir mal nochmal in den... In den Airstrike. Da habe ich nämlich auch zwei von. Und das schwarze Loch macht einfach sein Ding, ne? Aber das ist jetzt HE. Wenn wir Change Type. Das stimmt. Genau. Da gab es dann unterschiedliche Ammo noch. Ne, HE muss es schon sein. Oh Gott. Lol. Ich stand direkt drin. Scheiße. Aber gut, ich bin ja... Ich bin ja unkaputtbar. Das geht schon. Geht schon. Oh Gott. Das schwarze Loch breitet sich aus. Was haben wir noch? Das war das schwarze Loch, ne? Ja. Da war ich da schon. Also mache ich gerade noch ein schwarzes Loch. Ei, ei, ei. Ach genau, piano voll. Das ist auch witzig. Mit Pianos werfen. Oh, das sieht glaube ich gleich ziemlich cool aus. Wenn die großen Gebäude da angefangen werden, reingesaugt zu werden. Ah, natürlich der One Punch Man. Das ist richtig böse. Es kann sein, dass es jetzt abstürzt, die ganze Nummer. Weil egal, was ich anhitte, es fliegt... Ja, mit einem Punch fliegt es einfach weg. Das ist eine witzige Waffe. Gott. Aber das sieht cool aus. Gefällt mir. Hier noch ein bisschen Feuer oder so rein. Aber das ist tatsächlich auch die letzte Waffe. Lol. Und weg ist das. Komm, alles mal hier ein bisschen noch... Anfackeln. Boah, das brennt gar nicht richtig. Nö, das brennt nicht. Aber es sieht so schön aus. Was für schöne runde Formen das macht. Ah, schade. Ich krieg's. Weiß nicht, ob ich's hinkrieg, genau zum... zum Blitzeinschlag Pause zu drücken. Äh. Äh. Äh, ich will's... Ich will's versuchen. Oh, was ist das denn da? Lol. Okay, ich wusste nicht, dass das geht. Mit der E-Taste. Ja, das ist ganz geil. Das wusste ich nicht. Noch was Neues gefunden. Achso. Hier sind die ganzen... Ah, guck mal, so kann ich die auch auswählen. Also ich kann hier den ganzen Tag echt scheiß machen. Also ich hab da echt meinen Spaß dran. Aber eine Sache will ich euch noch zeigen. Äh, da war ich mega beeindruckt von. Äh, warte mal. Welches war denn das? War das die Vehicle Map? Ich glaube, ich glaube, es war die Vehicle Map. Was es da für krasse Kreationen gibt. Ah, nee, das war nicht die Vehicle Map. Und wir gehen einfach mal zum Drift-Dreck. Die kenne ich nämlich gar nicht. Natürlich. Wollte ich dir eine andere zeigen. Okay, hier gibt's gar keine Vehicle. Ich fühl mich verarscht. Ah, kacke, welche war das? Ich glaub, es war die hier. Da hat sich wirklich hier jemand hingesetzt. Ich weiß nicht, wie viele Leute das sind. Hat so viele Militärfahrzeuge nachgebaut. Und die machen echt Spaß. Also die funktionieren auch gut. Ja, genau. Das ist die hier. Das ist der Hammer, was es hier gibt. Also hier gibt's von so Raketenwerfern über irgendwelche Cheaps mit MGs oder Granatwerfern bis zu Main-Battle-Tanks und Hau-Bitzen. Also alles steht hier rum. Und das funktioniert halt alles ziemlich gut sogar. Also hier auch mit zum Vorhalte-Zielpunkt und so ein Kram, ne. Das funktioniert alles erstaunlich gut. Aber interessant sind eigentlich... Was ist denn das für ein Ding? Das ist ein Raketenwerfer, glaub ich. Ah, Tau ist das. Aber, äh... Interessant ist, man kann halt hier richtig schön Quatsch machen. Denn ich hab... Hier, im Moment, wo ist es? Hier, mein Zombie-Control gedöns. Und ich spawn mir jetzt hier einfach ein paar Zombies. Und ich versuche, mich alle umzubringen. Und hier auf der Möp macht das halt irgendwie so ein bisschen Spaß, jetzt fertig zu machen mit Panzern. Weg mit euch! Weg mit euch! Alles gibt... Lol. Ich weiß nicht, warum ich jetzt draufgegangen bin. Aber kann hier, äh... Mit vielen Waffen sehr viel... Sehr viel Quatsch machen. Und halt auch mit dem Ganskrempel, den ich mir hier runtergeladen hatte. Aber die sind ein bisschen doof, die Zombies. Also, sie sind sehr schnell... Sehr schnell kaputtig irgendwie. Und ich weiß nicht, wieso. Einmal auslöschen. Bei dem Ding kannst du halt auch noch... Munitionsart und sowas ändern. Ist halt auch krank. Interessant finde ich, dass sogar die Munition quasi simuliert wird. Damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet, als ich hier das erste Mal gezockt habe. Weil es fliegt halt einfach alles weg, ne? Aber auch so die Sounds sind nicht verkehrt. Und ich muss euch das halt mal vorstellen. Es ist halt ein pixel-gemoddetes Spiel. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier so eine... eine Katusha oder so hole. Die hören sich halt ziemlich gut an. Und dann gibt es hier halt so eine schöne... schöne Kamera von oben. Ein bisschen schwierig zu ziehen, muss ich sagen, aber... Das funktioniert auf jeden Fall. Ich bin da sehr beeindruckt. Also, was die hier auf die Beine gestellt haben, das macht echt Spaß. Aber ihr seht, man muss ab und zu mal ein bisschen restarten. Ähm. Weil sonst geht gar nichts mehr. Das ist ein bisschen... ein bisschen schade, aber ich weiß nicht, was du für einen Rechner brauchst, um das abzukönnen quasi. Sag mal, was sind die Mini-Nukes? Au. Schick. Und schon haben wir wieder... Probleme. Dieses Robot-Tool, das habe ich tatsächlich noch nicht verstanden. Ähm. Da kann ich irgendwie auch Roboter spawnen lassen, aber ich weiß noch nicht wie, denn... Es gibt irgendwie keine Info-Bildschirm, wie es bei den anderen... also wie es zum Beispiel hier bei dem Zombie-Gedöns geht. Das habe ich noch nicht gecheckt. Ein bisschen schade, weil das würde ich auch gerne mal ausführen. Aber auch cool. Was ist denn das? T-82. T-90. Aber die sind halt alle wirklich sehr funktionabel, ne? Kannst auch verschiedene Munitionstypen und sowas reinstecken. Steht oben rechts. Zum Beispiel das hier zieht. Geht durch. oder EPFSDS. Also Dart. Jetzt haben wir noch einfach nur HE. Das macht halt ordentlich Lächer. Aber, ja. Es gibt noch so viel Zeug zu zeigen, da kommen wir heute gar nicht zu. Aber ich hoffe, hier hat es trotzdem ein bisschen Spaß. War jetzt mal ein bisschen eine andere Folge als die letzten Male. Falls ihr noch irgendwie schicke Mods habt, die ihr mir zeigen könnt, zeigen wollt, dann gerne in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. commands zu Vielen Dank.